So, wir starten heute mal mit unserem kleinen Vlog hier und zwar habe ich mir die Cecilia gegriffen. Ja, wir haben ja gehört von den Jungs und Mädels auf dem Channel, die wollen gerne, dass du dich mal vorstellst. Ja, finde ich auch richtig. Ich wollte wissen, mit wem ihr es zu tun habt. So ist es, genau. Ich bin auch neugierig, ich wollte auch irgendwann kennenlernen. Richtig, ja. So, dann erzähl doch mal einen Schlag von dir. Ja, also ich habe den schönen Namen Cecilia Wings mir ausgesucht, heißt aber eigentlich Melanie Isakowicz. Ja, da könnt ihr mich finden. Richtig, genau. Ich bin eigentlich Schauspielerin und Synchronsprecherin. Ja, und man hat dich auch schon gehört. Ja, also vielleicht, wenn ihr Psychopaths guckt, da hört ihr mich raus. Ich verrate euch jetzt nicht, wer ich bin. Mal sehen, ob ihr es erkennt. Richtig, machen wir doch ein kleines Gewinnspiel raus. Erkenne die Melanie. Ja, ansonsten Teen Wolf bin ich drin, Pretty Little Liars habe ich auch gesprochen. Ja, verschiedene Sachen. Also quer durchs Universe, durch die Welt. Cool. Also von Cartoon, Anime, alles, was Spaß macht, das mache ich. Sehr schön, das klingt doch großartig. Ja. Wie bist du denn jetzt eigentlich zu unserem Channel und Star-Sinn gekommen? Tja, also diese Frage habe ich auch schon gestellt. Der hat mich da hineingebracht. Nein, nein. Und zwar, ja, das war ganz lustig. Ich habe meinen alten, äh, alten, naja, eigentlich ist er ja ganz jung und knackig, meinen alten Schulfreund, äh, Kumpel, äh, getroffen, den Sawyer. Mhm. Weil wir sind tatsächlich auf, äh, eine Schule gegangen, auch mit Dozer und, äh, Wiesen. Richtig, ja, genau. Oh, das ist so cool, echt, ja. Das war echt cool. We go way back, kann ich dazu nur sagen. Ja, auf jeden Fall. We have a connection. So ist es, richtig, ja. Ja, wir haben tatsächlich zusammen Abi gemacht, ne? Ja, äh, Abi sogar, ey, wir haben sogar was im Kopf. Ja, 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 ich weiß, das glaubt man gar nicht, ne, bei dem, was wir hier so machen. Kommt was aus uns geworden. Ja, so ist es. Sehr schön, ja, cool. Ja, und dann haben wir uns jedenfalls wieder getroffen und, ähm, äh, auch durch Synchron und so. Mhm. Und, ja, da haben sie gefragt, ob ich nicht Bock hab, ähm, für euch die News, äh, zu berichten. Richtig. Wir haben dich angesteckt. Genau, genau. Infiziert quasi. Genau. Ja, und eigentlich, ähm, war das das Schöne, weil ich spiele eh gern und, ähm, bin zwar jetzt nicht die Mega-Zockerin so, also ich hab angefangen mit NES und Super Mario, ne? Mhm, yeah. Ja, aber, ähm, ich hab voll Bock, mich da reinzufinden in die Welt und, äh, mit euch da... Genau, ins Universum. Genau. Genau. Und deswegen hab ich gesagt, ja, klar bin ich dabei, das, äh, ist ein geiles Projekt, hab ich Bock drauf. Sehr schön. Und wer weiß, was da noch kommt, wir haben irgendwie alle so Riesenvisionen und da wollen wir natürlich alle bei sein. So ist es, absolut. Und du bist jetzt, äh, oder du hast dich jetzt gerade beworben, gestern, ne, beim Crash Core? Mhm, ganz genau. Ich hoffe, ich werde angenommen. Also, äh, äh, ach, die können dir doch nicht widerstehen, die, die, die Recruiter, das ist doch eindeutig. Aber ich hab jetzt ein, ein super cooles Schiff mir, äh, besorgt. Ja? Warum, was hast du? Also, da bin ich total stolz drauf. Mhm. Ähm, also die ganz schnittige Mustang-Beta-Version. Sehr gut. Aber, ja. Das ist, äh, das mega coole Wohnmobil. Also, innen bin ich schon häuslich eingerichtet, so, ne? Also, ist ja ganz klar. Richtig, schön. Hast du, hast du schon Spitzendeckchen und Möbel schon da aufgehangen, ja? Ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, schon klar. Cool. Mustang-Beta, ja, das ist also quasi dein Einsteiger. Ja, also, da findet ihr mich, äh, ja, ihr könnt ja mal vorbeischauen, dann in meine Sitzecke lade ich euch ein und dann klotzen wir ein bisschen Fernsehen. So machen wir das. Cool, so ist das. Danke dir sehr herzlich, äh, jetzt haben wir eine kleine Vorstellung nachgeholt und, äh, wo, wo wir gerade herkommen quasi, das ist ja eigentlich das, äh, aus unserem kleinen Heimstudio hier, wir haben nämlich gerade die nächsten Verse Report aufgenommen, ne? Genau. Genau. Der kommt dann nämlich heute Abend auf den Channel, das hier machen wir ein bisschen früher und, äh, von daher freuen wir uns, äh, wenn ihr mit dabei bleibt und, äh, ja, wir sehen uns dann. Bis bald. Genau. In the Verse. Bis bald. Ciao, ciao.